Wer 8.848 Höhenmeter an einem Tag fahren will, der braucht auch was am Po. Jetzt sieht man das bei uns hier gar nicht. Wir haben immer unsere lockeren Bike Shorts von Shuffle oben drüber. Aber unten drunter steckt Technologie pur und zwar die Shuffle Skin Pants. Das ist das Upgrade wirklich für jeden Biker, der eine lässige Hose anhaben möchte und gleichzeitig wirklich ein optimales Sitzpolster haben möchte. Die Skin Pants wurde mit Shuffles 40 Body Mapping System entwickelt und garantiert dadurch wirklich eine perfekte Passform. Also ihr seht es. Das Geniale am 40 Body Mapping ist, dass die Kleidung eben danach entwickelt wird, wie sie eingesetzt wird. Das heißt, dass die Nähte optimal so sitzen, dass es zum Bewegungsablauf eines Fahrradfahrers jetzt passt. Dass Gummizüge unten und oben sind, die verhindern, dass die Hose also entweder am Bein nach oben rutscht oder hier nach unten. Weil das kennt ihr vielleicht von Hosen für drunter. Die sind nach einer Zwei-Stunden-Tour meistens überall, aber nicht mehr da, wo sie hingehören. Und darauf kommt es nämlich an. Das Herzstück der Shuffle Skin Pants ist hier von Elastic Interface dieses Pad, ein Multi-Layer-Pad, das es in einer Zwei-, einer Vier- und einer Acht-Stunden-Version gibt. Das heißt, Multi-Layer sind verschiedene Schaumstoffschichten übereinander. Gibt es in einer Damen- und einer Herren-Version. Also auch da wirklich optimal an die Anforderungen angepasst. Wenn ihr euch die Shuffle Skin Pants mal persönlich angucken wollt, klickt einfach auf diesen Link. Da geht es in den Shuffle Shop. Da könnt ihr euch die Zwei-, die Vier- und die Acht-Stunden-Version anschauen. Und ja, wir beide schwören euch und seht ihr nie wieder ohne Skin Pants auf dem Fahrrad.